Hey Leute, gerade zurück von einem 5 Kilometer, äh, ähm, ja, leichtes Joggen, sagen wir mal so, und ich habe jetzt hier mein, äh, After Workout, äh, Smoothie mit, ähm, Beerenmix, Banane, äh, ich habe noch ein bisschen Spirulina-Pulver gehabt, ähm, das habe ich mal reingehaut, für die Aminosäuren, gut, für den Muskelausbau, wir werden es morgen sehen, ähm, und ein paar Vanilletropfen, ein bisschen Rohrzucker habe ich glaube ich auch noch reingemacht, da die Bananen und die Beeren nicht immer allzu süß sind, ähm, Geschmackstest, ja, ist auf jeden Fall, Black Teeth, ähm, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsmusis, ähm, Smoothie, Trinkt jeden Tag einen Smoothie und ihr seid auf jeden Fall eine Stange glücklicher und habt mehr Energie, ähm, bis zum nächsten Mal, ciao.